So, willkommen zurück zu Let's Play Trine und ab ins Shadowshawn-Thickert. Das Schattendorn-Dickicht. Mal so frei übersetzt. Ja, das kleine Baby. Und ich dachte, das hat immer in dunklen Kerkern und so gespielt und das war ganz toll in seiner Kindheit. Jetzt machen so ein paar dunkle Bäume im Angst. Es sind doch weiterhin überall Kerzen aufgestellt. Das sieht schon mal wieder ungesund aus. So. Wieder mal so ein Level, wo ich jede Menge anzünden muss. Oder anhauen, wie es der Krieger macht. Immer noch die geilste Fähigkeit. Ich prügel auf eine Fackel ein und sie geht an. Das Lämmen wohl bei den Pfadfindern. Hör auf zu brennen. Flieg lieber. Home Run. Das war gerade eine Mischung aus Holen-One und Home Run, oder? Das sollten Home Run sein, aber... Noch eins. Und da oben habe ich noch mehr gesehen. Und eine Chest. Danke für diese Einglindung. Prism of Light. Klingt wichtig. Lass dich bei ihr. Da sie mein meistgenutzter Charakter ist, kann mehr Leben nicht schaden. Ich gehe trotzdem mal hier unten gucken. Die fliegen nicht ganz so gut. Ah, der fliegt. Ja. Wo ist der ins Wasser gefallen? Na, egal. Gut, sonst scheint es hier nichts zu geben. Nein. Also wieder hoch. Ist ja ziemlich allzu schwer an dieser Stelle. So schnell bist du da hochgekriegt, derzeit? Was ist ein kümmerlicher Tritt? Da ist wohl das Knie verrostet. Und so viele Gewichte hier, das macht... Stellt Fragen. Ob man damit nicht was machen kann. Ähm... Na, zunächst erstmal... Feuer. Ich habe Feuer gemacht. So einen Checkpoint. ...gemacht. Und... Also da Feuer machen. Das war unfair. Das konnte man nicht sehen. Das war nicht meine Schuld, dass ich dich in Säure-Bad getränkt habe. Das Licht ist schuld. Stormhammer. The Stormhammer, blessed by the God of Thunder, is a two-handed Mayhem-bringer that can break almost anything, be it wood, iron or bones. Was muu... Ähm... Okay. Ich vermute mal... Gut, ich habe keinen Schild mehr. Dafür... Stören mich Schilde, Rüstung und so ein Zeug nicht mehr. Und ich attackiere natürlich langsamer. Da ich das Schild eh nicht benutzt habe, ist das natürlich jetzt eine gute Überlegung, das Teil weiter zu benutzen. Und, ähm... ...statt dem hier aufzurüsten. Ein Flammenschwert wäre schon cool. Ja, komm, lies weiter vor. Da, innen sind die, die sind doch schon... ...tot. Äh... Ich gehe, glaube ich, erst mal aufs Flammenschwert. Glaube ich. Hm. So kann ich da natürlich auch drankommen. Ist auch eine Möglichkeit hoch. Nein. Äh... Okay, gerade... ...sehe ich es hier. Und ich kann damit Wände kaputt machen. Kann ich damit auch Fackeln an... ...ich kann nicht in der Luft attackieren. Wie er. Auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Außerdem, wenn ich das Flammenschwert habe, macht es auch endlich Sinn, wieso ich damit Fackeln anzünden kann. Wo war der letzte Speicherpunkt? Wo war der letzte Speicherpunkt? Wie? Ja, ach, das geht ja. Hm. Verbrate ich erst mal meine... ...Krieger... ...bei er jagt nach diesem Teil. Hm. So. Und erst müsst ihr dran glauben. Oh Gott. Sehr schön. So elegant. Hm, da oben war's. Wow. Soviel zum Thema Eleganz. Und einen Ring gesprungen. Und wie komme ich jetzt da oben dran? Äh... Weckse ich mal lieber kurz die Pfeile. So viel Munition habe ich dann doch nicht. Mach ich das schon mal kaputt? Sehr schön. Sehr schön. Das sollte da oben alles gewesen sein. Wie weit bin ich? 12 von 20, 7 von 15. Naja, der Part ist eigentlich ein bisschen kurz. Überhaupt. Letzte Level waren 30 Experience. Das müsst... Lass ich, glaube ich, in einem. Meistens... Eigentlich hatte ich ja bisher immer zwei... ...Videos pro Level gehabt. Das passt ja auch echt gut. Mit so 26, 30 Minuten. Ach ja, ich... ...gehe ich erst mal wieder auf Stormhammer. Irgendwann ja bei Warcraft heißt es doch so. Ich komme gerade nicht darauf, wer... ...irgendwann der Hauptcharakter. Äh... ...wieder hier hoch. So wechsle ich auf ihn. Lege eine Planke dein. Wie, das reicht nicht. Das Teil hängt jetzt merkwürdig da. Ups, das war falsch. Das war richtig. Obwohl, da kann ich ja endlich auch... Ich kann das Teil nicht wegschießen. Na ja. So geht's auch. Das ist eben massive Dunkelheit und irgendwas. Hm. Ich kann mit Feuerfeilen sogar seine Front attackieren. Cool. Und was ist das? Ein Rätsel? Ein ganz kompliziertes Rätsel. Ah, geht's hier schon weiter? Nein. Das wäre auch ein bisschen früh gewesen. Oh. Spinnen. Hatten wir die schon? Neuer Gegner und so? Ja, doch. Hatten wir. Äh... Ich schieße jetzt noch ein bisschen mit Feuerfeilen um mich. Die sind cool. In dem Moment bräuchte ich nicht mehr Schaden. Ach, die sind aus Metall. Kann ich mich gar nicht dran hochhangen. Natürlich, dann kann ich aber... Das ist gut. Dann mach ich als erstes mal mit ihm... da so eine Planck hin. Da so eine Planck hin. Dann mach ich hier eine Planck hin. Oh, ich hätte auch das Teil umdrehen können, aber so ist es doch viel schöner. Sehr gut, Herr Magier, sehr gut. Sehr gut. Hey, du stehst in Säure-Zeug-Dingens. Geh kaputt. Und die nächste Truhe. Entweder ich habe vorher viele Truhen übersehen oder es gibt zum Ende mehr. Restore-Zeug-Dingens. Äh... Restore-Zeug-Dingens. Restore-Zeug-Dingens. Joa... Das sind wir bei ihr. Wie gesagt, sie ist mein... Meist genutzter Charakter. Da kann... Hat sie sich... Das kleine bisschen Extra-Liebe verdient. Außer man ist sie eine Frau. Und kein alter Sack oder ein Vollidiot. Ne, guck mal. Geht dran. Ähm... Nein, da oben sehe ich nichts. Also geht es weiter zu dieser Tour und das war das Ende des Levels und wieder drei Erfahrungen nicht gefunden. Nein, das ist nicht der Ende des Levels. Sowas ist normalerweise eher Ende des Levels mit dieser Treppe und der Statue und diesen Säulen und... Scheinbar nicht so richtig. Naja, wollen wir uns mal nicht beschweren. So... Nein, ich wollte das Teil auf die Treppe legen. Dass so ein Stachelvieh überhaupt rollt. Ich meine... Wahaha... 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 Knochenmehl... Hahaha... Okay, genug irre gelacht. Manisch gelacht. Naja, es war fast das Ende des Levels. Ja... Wo auch sonst? Majestätischen Ruin gibt's dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und man sieht sich.